hallo ich meine liebe freunde herzlich willkommen zu einer weiteren folge von quest hunter es geht weiter in diesem gefährlichen gebiet bei gefährlich ist nicht man muss nur zumindest auch nicht gruselig muss nur aufpassen was nicht absäuft am rand lang laufen oder am rand ist eigentlich ziemlich safe ich muss wissen wie die aussehen die großen träerns ich könnte hier natürlich auch die gift vollgaben nutzen ganz gut das ist schon ziemlich schwarzer boss das war einfach gegen die ich noch die gift voll genutzen und hier einfach zusätzlich noch mal extrem viel damage kassieren und ich im prinzip block auch noch ein bisschen zusätzlichen schaden machen ein bisschen leder wir können fast unseren das ist ja auch schon der dreier und der oder bestimmt gegner weil ich selbst kein schaden abbekommen sind einfach riesig fette boss monster heftig aber einfach damit okay das sind die ganz großen ganz großen sehen noch mal so aus oder hätte ich weiß dass seine schatz gäste die müssen außen lang das wieder er gut ordentlich auf die fresse also schon gut mit der gefolge ein bisschen verbessern ich will erst mal die schützen noch haben ich glaube was gefährlich ist dass die karawane was gefährlich in diesem sumpf wird es nicht geben außer die träger und die erkennt man wirklich von vornherein also hier ist die verlorene karavane ja die hat das hier ganz schwer oder beim bären angriffen darin bären angriff gewesen was für riesige spuren er konnte solche spuren hinterlassen tja der läuft hier entlang machen wir doch gleich mal ein bisschen in die richtung hier und wir noch was zum graben aber er ist in diese richtung gelaufen aber ich habe da jetzt keinen gesehen aber ich habe auch keinen bock lang zu laufen muss ich gestehen muss nicht sein dass ich ja den bären noch begegne das ist bedauerlich dass das gift hat sich mein dings nicht schädigt meine meine umgebung und unter dem stein lag sogar noch was ein versteckt ist ja auch fies wir haben nur noch 71 tränke nur noch 72 korrigieren was uns sehen da ist kein tränend da oben ist wieder einer oder oder zum kotzen naja macht wir und dürfen einfach mal so fünf sechste text ich sonst gemacht hätten hätte hätte machen sollen und du wirst jetzt einfach sterben du locker verdammt ein loop bin ich habe links die minute auch schon gesehen keine sorge ich habe gar keinen bock der hat die wahrscheinlich überfallen okay es ist kein bock der gewesen das war einfach nur normaler alles klar das sind einfach normale gegner machen drei schalte stelle an okay machen doppelte text mehr stoff fetzen ist auch gut naja manchmal machen sie ein double attack manchmal nicht aber das sind nicht die gewesen die haben zu kleine fußabdrücke gehabt finde ich die bären die die bären tatzen in die richtung rechts das ist eine kiste oder mit dem goldenen schlösser sogar nice die nehme ich da gerne mit damit das haben wir jetzt von mess vielleicht soll ich tatsächlich mit den ganzen dann schon mal abgreifen wegen kisten mit silbernen und goldenen schlösser schlössern und schöner schild den kenne ich noch gar nicht und was haben wir da gehabt ärgerlich aber er ist schöner in dem mit er ist nämlich schon stufe drei und das andere was war das gerade gewesen möchte ich richtig gesehen naja er ist hier lang gelaufen lasst doch mal in die richtung lang laufen den bären werden wir auch nicht mehr sehen denke ich der wird einfach nur eine mysterium bleiben in diesem spiel haben wir noch schönes irgendwie viel eier oder so aus den steine habe ich alles abgecheckt mir hier in der mitte fehlt noch was links fehlt noch der sumpf versteckt 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 ja herrlich herrlich soweit mich offensichtlich aber herrlich verdammt ich habe das war auch wie gefühlt doppelt double attacks ist auch ganz geil hübsch hübsch ein trägernd ein end wie auch immer ihr es nennen wollt end trägernd baum euch überlassen aber wir haben die karawane gefunden wir haben gesehen oder vermuten dass es ein bär gewesen ist oh wir haben alle gefunden ich bin mir unsicher ob was passiert also ich glaube das sind trotzdem dieselben ausgänge da hinten oder ich glaube das ist so oder so immer die karte manchmal bin ich mir aber unsicher dass man nicht doch noch was neues freischaltet aber ich denke nicht wir gehen zurück zum dager am sumpf und werden dort unsere neuesten erkenntnisse kommunizieren hast du die karawane gefunden sie wurde unterwegs ausgeraubt in der nähe von sümpfen den spuren nach war es etwas großes sie haben 400 fahren bekommen 150 gold 10 jemanden das hatte ich befürchte die bestie ist zurück was für eine bestie es gibt eine alte sage die von einer sumpf bestie erzählt die hiesigen bewohner haben für eine alte hexe geld gesammelt damit sie die bestie verjagt aber vor kurzem ist sie verschwunden es gibt keinen schutz mehr versuche sie zu finden und ich markiere ihr hütte auf der karte und bekämpfe die bestie wir werden deine mühen belohnen nice das doch sehr gerne wir lassen uns vorher kurz heilen obwohl wir es eigentlich gar nicht bräuchten weil wir haben so viele tränke das ist viel zu viel eigentlich aber man kann doch nie zu viel haben oder würde ich mal behaupten haben wir die kleinen blüten hier nochmal drin wir kriegen halt wieder 8 tränke dazu Diamant kann ich mir aber bisher nicht kaufen die waren bisher eine absolute seltenheit gewesen und ich habe auch einen besseren Schild das ist gut hier ein ausgezeichneter Schild achso den wollte ich noch verkaufen das ist Reit der kommt weg 540 Gold kriege ich dafür ein paar Muscheln ein paar Federn weg damit und dann lassen wir uns unseren ausgezeichneten Schild verbessern ah die Diamanten kostet es aber auch ne ah das ist aber kritisch da bin ich ein bisschen geizig muss ich gestehen warum ist hier so ein Schild das würde ja bedeuten dass es hier noch weiter geht seht ihr das hier ist ein Schild das heißt also hier ist irgendwo noch eine Mission später sehr witzig kann man jetzt schon erkennen scheinbar ne weil hier oben ist das Schild wo man zur Karte kann und hier unten ist es auch und da unten auch da wären wir jetzt hingehen wir wären jetzt zur Hexe gehen weil das ist so eine kleine kleine Sidequest glaube ich die wir erfüllen müssen ähm weil wir ja unser Schiff haben wollen geht noch weiter oder wir brauchen das um dahinter zu fliegen das war es gerade auch nicht genau was war das Verstecken nicht gewesen was würde ich mir in den Verstecken weg mit euch kein Bock drauf da sind die Spuren wir werden es besiegen die Beste ist irgendwo in der Nähe wir werden die Hütte also wir werden wir werden die höchstwahrscheinlich nicht finden gehe ich von aus die Hexe wird tot sein deswegen werden wir uns dem annehmen die Beste zu töten ist das ok machen wir das so warum mach ich jetzt mal zwei Schläge ich bin ein bisschen noobig oh was ist das denn ok ich hab keine Fackel und so ein Kacknoob ich bin ein absoluter Noob ach du scheiße das ist aber keine Bestie mein Freund Moment Moment ich brauche wieder meine Pupswolke komm her ok die Beste ist auch unten lang gelaufen wie Schaden kriegt der ab? Aua der macht mir 16 damage ich hab keine Fackel hm das ist irgendwie ungeil oder? ich werde mich hinter ihm verstecken auf mich zu den ganzen Lutscher ok das ist eigentlich wie sie wieder wegstoßen also anfangen zu zünden genau tja die Trägheit also der wird erzünden genau die Trägheit dieses Monsters das ist eine Maschine ja das hat so einen Menschen gebaut Menschen hier gebaut und der hat ultra viel Leben holy moly ich glaub ja wie viel Leben der hat man ist ja abartig krasser shit aber die haben wir gleich gekillt aber die haben wir gleich gekillt wir hätten ja auch die Hexe suchen da wahrscheinlich weil ich denke nicht dass das funktioniert er macht mir 10 Schaden trotz Aua ich hab doch schon Aua gesagt 10 Schaden trotz Block das ist wow heftiger Gegner also ich hätte mir von dem Bär wahrscheinlich mehr Angst gehabt auch von der hässlichen Holzkonstruktion bitte sehr halt halt du hast gewonnen ich hatte nicht recht das alles hat die alte ausgedacht bitte lass mich los bitte die alte ja die alte Hexe die im Sumpf lebt geh hat sie gesagt erschrecken die Menschen ich werde das Geld für den Schmutz schutz einsammeln aber ich konnte es nicht mehr aushalten ich habe sie in ihrer Hütte abgesperrt es ist nicht so weit von hier hier nehme eine Schlüssel danke du kannst es helfen er hat nichts getan dafür er war netter aber jetzt TNT TNT ist immer böse ich hatte nicht recht das hat alles hat die alte ausgedacht ja da ist aber bestimmt was zum graben nix zum graben kannst du mal den Speed erstmal wieder reinhauen der Speed ist nice ob das kein versteck wäre tatsächlich kein versteck unglaublich gut gut ich habe immer noch nicht speichern können weil ich habe keine Fackel oh wir haben einen zenturian herbekommen leider ist er zu schlecht ja ich muss aufpassen und doch die bombe 100 XP nice ich bin ein richtiger Typ ey richtig cooler Typ ich mag da nicht rauf laufen aber ist okay wenn wir sie hier wenn wir die Hexenhütte mal untersuchen das wollen wir der Sumpfbeste lösen oh liebes danke dass du dir Oma gerettet hast diese Bestien so total aus dem Ruder gekommen sie hören nicht mehr auf Oma hatte ich die Bestie abgesperrt das ist nicht mehr alte alles wie es ist du knöpfst den Menschen das letzte Geld ab indem du sie mit deinem Roboter-Checks hatte ich die beste abgesperrt ja ja die Bestie oh liebes ähm du knöpfst den Menschen das letzte Geld ab von dem sie mit deinem Roboter-Checks oh du hast mich glaubt du Schafauge der Depp der im Roboter saß hieß Nerd er war ein echter Meister den Kramo zusammenzubauen und ich habe ihm meinen Wink gegeben wie er das Geld ergattern konnten er hat dann eine mechanische Beste zusammengebaut und begann die Menschen Angst ein zu jagen und ich feige die Beste quasi für einen vernünftigen Preis und seine Energie hat ihn verschlungen Nerd wollte zwei Drittel haben und ich habe alles abgelehnt gib die Oma nicht auf willst du vielleicht dass ich dir Tränke fast umsonst koche hm schwierig gut aber keine Bestie mehr oh Tag ihr Liebes du wirst das nicht bereuen ich bin ja ich bin ja netter ja grundsätzlich bin ich ja netter so was mag ich kurze Räume verstecke ganz viele schon wieder ein schwacher Hemm eine Voodoo Maske ah ok ich kann ja Apfel und Kürbisse kaufen Pfeiltrank ist exakt das gleiche so Hexe na gut ich weiß noch nix ich weiß noch nix alles in Ordnung da haben wir rechts und links hier überall noch Zeugs rum ach ist das widerlich also prinzipiell die ganzen Sümpfe durchlatschen aber ich kann es wahrscheinlich hoffentlich am Rand lang ja fast hast du wieder Träger? ja hab ich schon gesehen dich habe ich doch schon gesehen mein Freund von Kilometern entfernen hab ich dich schon gesehen weiter mit macht er mir immer nur aber ich stößt mir ins Wasser rein merke ich gerade das ist nicht so geil oh 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 ich darf nicht ich muss mir abgewinnen im Wasser zu casten wenn ich im Wasser zauber gehe ich einfach direkt unter Niuuuu hast du bestimmt was dahinten oder? aber hier ist was hab ich gesehen hab ich gesehen oh hier ist noch was zum Graben nice zweiter Versteck also drittes oder feiertes Versteck keine Ahnung wie viele tausend gefühlt gefühlt tausend Versteckung ich brauche unbedingt Fackel ich brauche ganz ganz viele Fackeln wieder ich muss speichern können oh nice so gefällt mir das dummerweise muss ich tatsächlich wieder zurücklatschen auf dem Wasser zu casten hab ich gesagt ich bin so ein Trottel ich bin echt ein Trottel muss ich sagen aber man lernt vielleicht irgendwo mal draus vielleicht aber nicht wir haben dann auf jeden Fall noch Skelette gehabt also ich glaube wir sind noch nicht fertig hier zwei fehlen noch es gibt hier auch noch einen Skelettbereich tatsächlich uch ii Alter jetzt auch noch ein Wasser oder was? na das ist ja widerlich bin ich auch noch rechts lang? ich bin ja wir werden mal am Rand langlaufen so erstmal abchecken was hier so geht da ist schon wieder ein Treant und besiegen da ist schon wieder ein Treant verdammt nochmal und da ist ne hässliche Pflanze auch noch jesus aber auch das ist doch ein Wasser oder? wenn erstmal die ganz kurz kehren und da ist wieder ein Brunnen und jedes Mal ich weiß nicht ob wir vielleicht ein achievement dafür gibt es ähm aus jedem Brunnen zu trinken das ist der dritte Brunnen dann beim ersten ist nichts passiert beim zweiten haben wir mit der Schaufel geredet etwas blitzt etwas blitzt auf dem Boden ein alter Brunnen wer hätte ihn hier ausgegraben mit der Schaufel versuchen das zu erreichen oh nice aus dem Brunnen trinken also die sind ne hier sind Tränen nur ist hier auch noch einer? ne ne normaler Baum aber hier ist schon wieder einer ey holy wie viele Träns gibt es denn hier meine Waffe ist einfach zu schwach eindeutig ich muss one hit'n weil wir das ganze Gemüse und Obst hier was überall rumliegt wir haben das ganze harte der ganze harte Apfel äh zwei waren noch, oder? zwei Verstecker haben wir noch ich vermute links hier wird noch einer sein aber kann man da langlaufen? eigentlich nicht oh hier ist noch ein Träant ding 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 und tot ein Hit ist zu schnell aufgehört sonst haben wir hier noch was sonst? aber ich finde trotzdem noch ähm einen Schatz einer noch wo könnte ich dieses schmucke Stück nur verstecken? das Problem ist wenn ich jetzt den Schatz nicht finde ach du scheiße warte schreck mich dann nicht so öhm und ich irgendwann später, als ich noch mal hier reinkommen sollte muss ich die ganze Scheiße wieder alles besiegen hier ne? oh ist ja voll nervig also wir haben es schon wieder, wenn ich jetzt den Schatz finden würde ich hätte gesagt, der hat mir fast fast ins Gesicht gepatscht, ey die könnte vielleicht noch was sein, oder? auf der Seite? hier vielleicht? ach komm schon hier vielleicht ach komm schon ist ja widerlich da ist ja widerlich tja wir sind dann soweit erstmal durch ne? ich brauche unbedingt die Fackeln ich brauche unbedingt die Fackeln und spit up! juhu das Problem mit der Surfbestie ist gelöst so, wer kann der mir die verkaufen? der da? oder der hier? da so ich glaube wir haben ein paar Fackeln jetzt, wa? haben wir ihn nicht angezündet? nö dann können wir die dafür nutzen zum saven und mein Liebbron dann sehe ich schon wieder, dass die Zeit schon wieder rum ist meine Güte dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder dann werden wir die Quest hier abgeben und weiter uns Richtung Sumpf-Täler Sumpf-Sumpf-Dingenson da begeben ihr wisst schon wohin? die versumpften Täler? hießen die so? tatsächlich, hießen sie so, versumpften Täler Güte! bis zum nächsten Mal! Danke fürs Zusehen! Ciao, ciao!